Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier noch in Clara und verfolgen Beatrix. Diese fiese kleine Diebin hat nämlich den Schatzkristall von Clara gestohlen. Ganz recht, der kleine Stein, der für den Sandwirbelsturm verantwortlich ist, schrägstrich wahr, und bringt ihn scheinbar zu Brane. Ich habe keine Ahnung, was der Chopper damit will, aber wir verfolgen sie. Die lieben Leute hier haben uns jeder noch ein Geschenk gegeben. Und bei dem guten Mogri hier, der gute hier hat uns einen Brief mitgegeben. Ihr seht schon von Mogri an Serino. Und wir haben gespeichert, wir haben neues equipt und gehen jetzt in die Schlacht. Hoffentlich. Ich hoffe wir können Beatrix irgendwie aufhalten. Da rennt sie die blöde Kuh. Warte, oder willst du etwa feige fliehen? Feige? Fliehen? Ich glaube, du verkennst die Lage, mein Junge. Hahaha. Hahaha. Oder hast du etwa schon eure Niederlage gegen mich in Bumerkir vergessen? Eure bittere Niederlage? Hey, der Angriff war aber unfair, du blöde Kuh. Das war damals. Du hättest uns besser den Gnadenstoß verpassen sollen, als du die Gelegenheit hattest. Jetzt sind die Kanten neu gemischt, du Schlampe. Ich werde dir nicht verzeihen. Niemals nicht. Denn der Kuchen, den ich mit dem süßen Salz hier backen will, von dem gebe ich dir kein einziges bisschen ab. Lampfen. Hahaha. Ich sehe schon. Euch dürstet es förmlich nach einer weiteren Süchtigung. Kommt her, ich versohn euch eure kleinen Kumpöchen. Ihr kleinen Kinderchins. Ja. Die Beatrix. Aber die Klinge ist so schön. Die hat mir damals schon immer so gut gefallen. Und ihr Outfit halt auch. Es ist überhaupt alles sehr gut, das seid. Kachanga. Gut. Wir greifen an. Zitani tut natürlich... Oh, warte. Vielleicht du musst Räuber... Räuberauge einsetzen. So. Einmal wieder. Die Magie. Schocker. Ja. Das ist natürlich ein... Ein Wehmutstropfen. Diese Fähigkeit ist nicht kass. Es sitzt Polaris. Raichin, Fäustling und Phönixfeder. Okay. Drei Sachen. Los, Vivi. Du schaffst es. Ja. Das ist schon mal eine gute Grundbasis zum Stipidus. Sie hält recht viel aus. Noch ein Schocker. Polaris geklaut. Dankeschön. Das ist schon sehr gut. Vivi, du musst unbedingt die Leute heilen. Unbedingt. Donnerkriegen. Ja, die putzt mich weg. Da kann ich wahrscheinlich irgendwie irgendwo mal trainieren gehen. Ha. Fönixfeder Stipidus. Das sind nur mal die Raichin. Fäustlinge. Das sind nur noch die, glaube ich. So. Freya, meine Gute. Du wächst Quina auf. Vivi ist... Du bist Stipidus natürlich. Zutane. Und der Vivi tut gleich mit High Potion. Geht gleich mal auf Freya. Die hat am meisten Leben. Donnerkriegen. Boah ey. Vivi ist wieder am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Nicht im Arsch. Raichin. Fäustlinge geklaut. Alles auf einmal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Unser Auftrag ist schon ausgeführt. Das ist ja voll super. So. Dann geht's aufs Maul. Boah. Und immer auf dem Vivi, ne? Blödi. So. Unbedingt wieder heilen. So. Du musst die Leute jetzt durchheilen. Das geht nicht anders. So. High Potion. Auf den... Auf Freya. Wenn sie es überlebt. Auf du Zitane. High Potion. Auf den Quina. Und wieder Schoko. Wer trifft's? Freya. Scheiße. Vivi. Du setzt auch die High Potion auf dich selbst ein. Wir sollen nicht schauen, dass wir überleben. Es ist echt fies, wenn es mit diesem depperten Schocker kommt. Kann nicht sein, dass einer von denen jetzt da keine Erfahrungspunkte kriegt. Ich hoffe aber, dass Vivi bekommen wird. Was? Ist schon wieder vorbei? Den Schatzkristall nehme ich in Verwahrung. Exekutionsschlag. Geh her auf. Und Freya ist leider... Ich hoffe, dies war euch eine Lehre. Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich umklatschen sollen. Ach, ist ja angestellt. Du... Du bist... Stark. Schwarzmagier, wir sind hier fertig. Macht euch bereit für die Teleportation. Wohin teleportieren die sich? Und weg ist sie. Weg ist sie. Blöde Kuh. Und was machen wir mit Freya? Also... Was machen wir Freya? So, nicht mit, sondern wir. Was machen wir? Zitane, pass auf. Hinter dir. Oh, Teleporter. Ich spring da jetzt einfach rein. Kommt mir nach, bitte. Und... Haja. Hm, hm. Oh, äh... Zitane ist weg. Ich hab hier nichts mehr, was mich... ...halten würde. Und für dich ist es vielleicht die letzte Chance rauszufinden, wer du wirklich bist, mein Lieber. Los, Vivi. Hau zu und ich. Haja. Bam, bam. Auch Freya ist weg. Hm. Bitte. Ha, ja. Und der gute Queen bleibt irgendwie da. Ich hoffe, du bist auch noch an Bord. Nicht für mich. Ich hab Höhlenangst, Mampf. Der rennt einfach so ein Baum runter. Aber ihr unterschätzt's Queenan, der ist ganz schön robust der Kern. Fein. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Wenn Garnet keine Bestie mehr beschwören kann, so ist sie nur eine gewöhnliche kleine Göhre. Doch anstelle Garnet kann ich nun die Bestie beschwören, und zwar dank des Dunkelkristalls. Ho, 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 ho. Und in wenigen Minuten werde ich auch wissen, ob Kuya wirklich die Wahrheit gesagt hat. Ja. Komm zu mir. Odin. Zeig mir dein, zeig mir deine alleszerstörerische Kraft. So, ist voll vermasselt. Oh, oh, ja. Oh, nie. Oh, oh, ja. Perryということで meine. Oh, ja, ich bin ung. Puh. Oh, ich bin leer. 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 Der ganze Baum ist weg. Prana hat ganz Clara ausgelöscht. Niemand hat überlebt. Außer uns. Habt ihr das gerade gesehen? Clara zerstört. Puck. Queena. Sind sie denn alle tot? Was sollen wir jetzt bloß machen? Moment mal. Und Beatrix? Ist die denn nicht auch auf diesem Schiff drauf? Kommt her. Du, Freya. Ich glaube, Zidane hat uns gerufen. Bitte. Bitte entschuldige, aber... Ich wäre gern einen Moment allein. Das sind auch eine Menge von diesen Marionetten. Kommt mit, wir verstecken uns besser für eine Weile. Generellin Beatrix ist ihre Majestät auch bei bestem Wohlbefinden. Ihre Majestät erwartet eure Ankunft, schon mit großer Sehnsucht. Sie wird euch bestimmt für den ruhmreichen Sieg mit Lobesümnen überschütten wollen. Da kann die Truppe von Hampel, äh, Hauptmann Steiner wohl bald in die Bündel packen. Pass auf dein Mundwerk auf, Soldatin. Oh, natürlich, ich bitte um Verzeihung. Richte ihrer Majestät aus, dass ich umgehend zu ihren Diensten sein werde. Jawohl. Warum? Warum hat Königin Branin Clara auslöschen lassen? Warum hat Königin Branin Bestier und Schwarzmagier eingesetzt? Habe ich etwa zu diesem Zweck jahrelang meine Fähigkeiten geschliffen, in Askese geliebt? Schwarzmagier, hier geht es lang. Ihr drei benutzt den Teleporter und begebt euch nach Alexandria. Dort schließt ihr euch der Schlossverteidigungseinheit an. Bin ich denn wirklich nicht zu höheren Wirken berufen, als diese seenlosen Kreaturen? So gesehen ist vielleicht der sonst wo verschollene Steiner weit besser dran als ich. Wenn du wüsstest, Beatrix, der ist ja eigentlich vor deiner Nase. Nur im Kerker halt, da müsstest du mal nachschauen. Hey, hat er das mitgekriegt? Die fette Branin ist also auch hier irgendwo auf dem Schiff. Niedermeucheln und Ruhe ist. Einfach niedermeucheln und Ruhe ist. Wirklich. Diese blöde Transchka, diese Schieche. Irgendwo hier ist, glaube ich, was versteckt. Ich muss nur kurz mal schauen. War das nicht hier irgendwo in so einem Teleporter? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Wie komfort da war, was versteckt. Nein, nein, nix da. Guck, 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 guck. Kannst du das erkennen? Zu dunkel, ich sehe absolut null. Generellin Beatrix. Diese Stimme. Oh, generellin Beatrix. Und? Hast du ihn bei dir? Jawohl. Ich bringe euch den Schatzkristall, wie ihr es wünschtet. Ja, 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 das ist er. Das ist er. Jetzt, wo ich ihn habe. Ja, jetzt, wo ich ihn endlich habe. Bin ich noch größer, wahnsinniger als vorher. Ach, halt. Einer fehlt mir ja noch. Zu meinem Glück. Den muss ich auch noch in die Finger kriegen. Woh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hm. Kein einziges Wort des Dankes. Ah, ja. Generellin Beatrix schafft mir sofort den letzten Kristall herbei. Zu Befehl. Mir wünscht. Eure Majestät, verzeiht meine Neugier, aber wie ist die momentane Verfassung von Prinzessin Garnett? Garnett? Da wir bereits alle Bestie aus ihrem kleinen Körper extrahiert haben, ist sie nun wertlos. Oh, Eure Majestät, was wollte ich damit sagen? Garnett wird die gerechte Strafe für den Diebstahl meines Schatzkristalls erhalten. Wie bitte? Bist du etwas schwer vom Begriff? Sobald wir in Alexandria gelandet sind, lasse ich diese Nussosegöre hinrichten. Was denn sonst? Ist es Dreckspark des Ländige. Aber was kümmert dich das? Du sollst mir gefälligst den letzten Kristall herbeischaffen, und zwar Brontos, sonst geht es sie gleich verbrüren wie Garnett. Königin Brane? Buah, ah, 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 ah. Ich sage ja größenwahnsinnig. So wie sie ausschaut, keine Frage, ne? Sagt es eben, sie will Lilly. Wenn wir ihr zuschlagen, helfen wir Garnett damit nicht. Was denn? Was ist denn dann dein Plan, hier rumzustehen und Däumchen drehen? Ich hab's. Wir müssen es irgendwie schaffen, vor Brane in Alexandria zu sein. Aber wie machen wir das bloß? Zitane, wenn wir diese Teile da unten benutzen... Warte, Vivi, wo willst du hin? Diese Teile? Welche Teile denn? Ach, er meint die Teleporter höchstwahrscheinlich, ne? Oh, Kupo. Ja, Kupo. Okay, Kupo. Wo kommt der Mogri her? Hallo? Serino. Oh, wir haben, glaube ich, einen Brief für dich. An Serino einen Brief überreichen. Ja. Oh, ein Brief von Mogri. Das ist selten. Lass ihn uns sofort lesen, Kupo. Von Mogri an Serino. Wenn du diesen Brief erhältst, dann ist von Clara vielleicht nichts mehr übrig, Kupo. Ich bin ja gerade mit Stilskin unterwegs und er sagt, er hätte schon viele harte Zeiten durchstehen müssen. Und ein, zweimal sei es wohl auch schon kurz vor zwölf gewesen, Kupo. Da frage ich mich allerdings, was passiert, wenn es tatsächlich mal zwölfe schlägt, Kupo. Dann ist Mittagszeit oder Mitternacht. Jedenfalls, ähm, das war also der Grund für den furchtbaren Lärm vorhin. Wie geht es wohl allen, Kupo? Ob Mogli und Stilskin wohl noch... Ja, die sind noch am Leben. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Du musst einfach dran glauben. Zelten bringt sich jetzt nichts, deshalb werden wir speichern. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und wir, wir sind die Helden, die im Hintergrund agieren. Ja, 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 halt, da war es. Oh, Vivi, Entschuldigung. Vivi will irgendwie etwas mit dir besprechen, hat er gesagt. Na gut. Äh, Freya, ich will mit Vivi und so quatschen. Ah, so geht's. Ja, bitte. Zitane, vorhin hieß es doch, die Schwarzmeichel sollten den Teleporter nutzen, um nach Alexandria zu gelangen. Stimmt, ja. Gut, dann probieren wir das auch gleich aus, ne? Lass uns das nochmal durchdenken. Na, na, prüfen wir's aus. Gut, dann probieren wir das auch. Und hopp, alle hopp, und... Aua, ich bin wieder gestoppert. Ha, ja. Konzentriert euch. Lilly, ich hau dich da raus. Ich schwör. Hui. Baram, 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 bam, 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 da, 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 da. Wir brechen hier aus. Ist das dein Ernst und so? Wir können hier nicht einfach herumsitzen und Löcher in die Wand starren. Ja, gut, und so. Wenn du A oder T drückst, verlagerst du den Schwerpunkt und so. Äh, falsche Tonlage. Wenn du A oder T drückst, verlagerst du den Schwerpunkt und so. Gut, dann drück einmal A. Ja, das ist es und so. Ruck, ruck. Ja, ruck, ruck. Na, rüber. Äh, hallo? Andere Richtung und so. So. Wir müssen schon gleichzeitig burschen. Und tauchen. Und tauchen. Und tauchen. Jawohl. And tauchen halt. Nicht in die Tiefe tauchen, sondern and tauchen. Und nach rechts und nach links. Von uns aus gesehen. Von drüber. Jawohl. Das dauert ein bisschen. Und hui. Und hui. Ich hab's sogar schon mal zweimal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich was bringt. Ich hoffe schon. Aber wir haben's gleich. Gleich macht's boom. Und hui. Und hui. Und hui. Und hui. Und hui. Und hui. Schau. Immer noch nicht. Und so. Und so. Alter Schwede. Ja. Und so. Jetzt müsste es aber echt schon zu Ende sein. Und? Jawohl. Das müsste aber echt schon zu Ende sein. Ja. Und jetzt. Nichts wie zur Prinzessin. So ist es. Wir werden gleich mal schlubschen. Wie schaut's denn mit deiner Ausrüstung aus, lieber Herr Steiner? Ja. Ja. Mhm. Und wir können eventuell vielleicht... Na. Nichts mit tauschen. Okay. Geht auf. Alles gut. Alles passt. Gut. Dann werden wir uns auf den Weg machen, um... gar nicht... zu helfen... der armen Lililei. Aber nicht ohne Kämpfen. Nein. Nicht ohne Kampf. Komm so her, ihr Scheißweiber. Demfür sind's wirklich Scheißweiber. Wir werden auch nicht stibitzen. Wir hauen die um, so schnell es geht. Ja sicher, Eisra. Das hat nichts zu tun, oder was? Nein. Ah, nein. Ich hab keineilt. Genau, die halten es aus. Oah, die rennen weg! Feige Nudeln. Dann wäre gut die Kraftlinke vorher einssetzen. Dann nehmen wir sie Pünktchen. Vielleicht ein Schwert? Nehmen wir sie mal mit Kraftlinke. Vielleicht gibt sie mehr her? Ich hab da. Ah, na, nicht wirklich. Ne. Oh, sehr gut, die ist abgelebelt. Wow, sehr gut. Super. Yeah, wup, 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 wup. Stein hat Level abbekommen. Sehr gut. Und ein bisschen Gild haben wir auch. Leider werden wir jetzt etwas öfter kämpfen müssen. Tut mir leid. Ja, gehört leider alles zum Programm. Ja. Ui, Stein ist gleich in Trance. In Trance. Trance, Trance, Trance. Komm, Markus. Oh, und es ist schüsselweite. Oh, es ist schüsselweite. Jetzt geht's auf die Gosche. Jetzt geht's auf die Gosche. Sorry. So, immer schön fester drauf. Mir gefällt die Rüstung, die er so hat. Mit dem Helm und so steht ihm echt gut. Ja, die erste hat mich falsch gestreckt. Die zweite gleich hinten nach sind. Yeah. Fein gemacht, Wurschen. Wup, 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 wup. Markus hat Level abbekommen. Supi. Einmal Wurschen und ein bisschen Gild. Baum. Jetzt muss ich mal schauen, ob hier irgendwo was versteckt war. Ich hab's komplett vergessen. Ah, da kommt sie schon. Ne, ist wohl schlecht. Zwei gleich. Ei, ist schlimm. Kannst nicht mal mal schauen. Ich weiß nicht mehr, ob da nicht irgendwo ein Item versteckt war. Ist sicher hier. Na, nix getroffen, Schätzchen, ne? Musst mehr Zimtwasser saufen. So, die eine kann's besser. Sieh, rennt die wieder weg. Diese feige Nudel, echt? Zack. Zack. Quatsch. Jawohl. Ungepackt. So muss es ausschauen. Sehr gut gemacht. Ja. Boah, die ist sich echt ausgegangen. Level Up. Sehr gut, Stern. Stimmt, der hat ja Level Up Plus bekommen. Stimmt, ja, ja. Da zählt es, glaube ich, wie ich doppelt so viel oder so ist es immer schlimm. So, die machen wir auch noch weg für die EP-Punkte und für die Erlernung neuer Fähigkeiten. Hauen wir die zwei Damen auch noch weg, wenn ich wieder eine in die Zweite suche. Viking. Das ist Personalfreude. Boah, Steiner. Mix da. Der Mix da vor den Potion. Fuh, ah, ah, kritisch auch noch. Super. Markus ist auch schon am Rennen. Am Up-Nippel, so muss ich schon sagen. Die hauen ganz schön schief. Ich bin entsetzt. Ja, natürlich, Nippel da. Ganz klar. Schlecht. Ich muss mich sofort heilen, der war ein ganz großer Schaden. Ja, jetzt bin ich dann bald in den Punkt angelangt, wo ich echt mal... Halt, falsch. Wo ich, na, wo ich echt mal so ein, zwei Parts lang nur trainieren muss. Damit wir, also wirklich kämpfen, damit wir da nicht, ähm, ja... Unteisen auf Markus wahrscheinlich, ne? Na, Steiner sogar. Okay. Zweimal... High Potion. Einmal auf ihn. Und einmal auf mich, lieber Steiner. Ja, das ist schon viel besser. Boah, Entschuldigung, es dauert der Kampf unnötig lange. Ach, herrje. So, jetzt aber. Jetzt kriegt sie aufs Maul, die blöde Kuh. Na los, komm, Steiner. Du schaffst das. Jawohl, end easy. So, ja. Sehr gut. Na, da kannst du echt nicht schauen. Na, das kannst du vergessen. Na klar, da unten, glaube ich, ich hoffe, da war nichts. Ich muss zurück, ich muss weg. Steine, also, die Leiter benutzen. Ich hoffe echt, dass da nichts war. Sonst kämpfen wir da unten noch 20 Jahre. Zack. So, die ist mal weg, hoffentlich. Dann die zweite auch. Die haut wieder ab, ne? Ja, ja. War klar. Die haut auch ab, jetzt kriegen wir gar keine Punkte. Super. So greift sie uns dann an, jetzt. Hoppala. Echt, ich bin mal weg. Rauf da. So. Irgendwas? Nein. Oh. Prinzessin. Gut, ich mach mich da mal auf den Weg zum verwunschenen Wald. Blank retten und so. Welch Kaltblütigkeit. Nanu, was ist das? Wo? Wah, wah, wah. Was treibst du denn hier? Hey, Steiner. Sind wir hier in Alexandria? Grrr. Sehe ich so aus, als hätte ich gerade die Zeit, mit dir Frage und Antwort zu spielen. Ich muss unverzüglich aus diesem Kerker hier ausbrechen und der Prinzessin zu Hilfe eilen. Gut. Das reicht mir als Antwort schon. Dann wollen wir mal Lili befreien und gehen und so. Ja. Immer lässt mich dieser Kerl im Regen stehen. Am liebsten würde ich ihm den Hals. Alter, bist du eingenickt? Ist dir das, ist dir also egal, wenn Lili vielleicht gerade umgebracht wird? Bitte was? Umgebracht. Hör auf den Brabbelpack. Was heißt echt so? Brabbelpack an die Wand zu malen. Bei uns heißt es immer Teufel, aber es ist wurscht. Wahrscheinlich ist es so eine Art Teufel hier. Egal. Aber das stimmt, Onkel Steiner. Als Königin Prane auf der Roten Rose unterwegs nach Alexandria war, da sagte sie, dass sie Lili umbringt, wenn sie angekommen sind. Ich hab's mit meinen eigenen Ohren gehört. Ist das denn wirklich wahr, Meister Willi? Ja. Und wir haben keine 30 Minuten mehr. Wir müssen Lili so schnell wie möglich finden. Scheiße, das ist Scheiße. Knapp-la-la-la-pap-pap-pap. Das ist kein Jagdfestival. Oh, wenn das mal nicht Markus ist, überlass das mir und so. Fünf und fünf und fünf und fübsch. Ja. Oh, ihr dreckig Bastarde. Besten Dank auch, Markus. Also, ich geh mal zum verwunschenen Wald und befreie Blank und so. Korrekt. Du kümmerst dich um Blank, während wir Lili befreien gehen. No, ich geh da mal. Ja, äh, da drüben und so. Da ist nix und da ist nix. Und der Part ist auch zu Ende. Und das ist eine ungünstigende Zeit. Sehr ungünstig. Oh, ich der bleib einfach stehen. Entschuldigung. Sorry. Das ist sehr ungünstig. Steinerangriff. Äh, ja. Natürlich. Angriff. Äh, na, warte. Mach mal es. Es ist bestimmt. Und da angriff. Wegputzen. Fast. Ja, Cannibale erlernen. Super, Steiner. Bravo. Mildrind, Schwert bekommen, Potion, High Potion und haufenweise Gilt. Ähm, ich drücke hier kurz mal auf Pause. So, da rennt die Zeit nämlich nicht. Ähm, ich werde, äh, die Aufnahme hier jetzt beenden. Und wir machen gleich eine neue, also eine zweite hinten drauf. Ähm, ausnahmsweise. Und, äh, dann können wir das hier super klasse fortführen, würde ich sagen. Oder. Oder, warte mal. Na, können wir eigentlich sonst eh beenden und ich starte einfach dann den nächsten Part hier. Mach mal so. Äh, na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.